Wähle ein Emote! Wähle ein Emote! Kathi braucht eure Hilfe, Fellfreunde. Der Wind hat ihren Ball weggepustet und jetzt liegt er weit draußen auf dem Eis. Wir holen ihn zurück! Sky, du kannst Kathis Ball mit deinem Hubschrauber-Saugnapf zurückholen. Los geht's! Wähle ein... Sky! Ich hab dich erwischt! Gut gemacht! Gut gemacht! Jetzt kannst du Kathi den Ball zurückbringen. Der Ball ist wieder da und Kathi freut sich. Toll gemacht, Paw Patrol! Gut gemacht! Einsatz beendet! Jeder kann kopf und sich am Ziel sein Chaos-Kätzchen haben! Oh ja! Wow! Du hast eine meiner Hundemarken gefunden! Oh ja! Und dann kannst du dich ja anfangen! Das ist dein neues Kostüm! Juhu! 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 Ja! Fellfreunde, ich habe gehört, dass die Honigtöpfe der Beeren ins Wasser gefallen sind. Bestimmt wegen Bürgermeister Besserwissers Zeppelin. Jetzt haben sie kein Mittagessen mehr. Findet etwas anderes, das sie futtern können? Hier gibt es viele Blaubeeren. Sie sehen lecker aus. Wir müssen sie einsammeln. Everest, du bist dran. Ich kann meinen Greifer benutzen, um Blaubeeren vom Strauch zu pflücken. Los geht's! Dafür brauchen wir Everest. Drücke diese Taste und wähle Everest im Fellfreunde-Menü. Wähle einen Fellfreund. Everest, Zeit für die große Zange! Gut gemacht! Juhu! Da vorne sind noch mehr Blaubeersträucher! Everest, benutze wieder deinen Greifer, um mehr Blaubeeren zu sammeln. Zeit für die große Zange! Zeit für die große Zange! Gut gemacht! Das sind viele Blaubeeren! Bringt sie zu den Bären, sie haben bestimmt Hunger! Pfoten stark! Gut gemacht! Die Bären scheinen sich sehr zu freuen. Genießt eure Blaubeeren, Bären! Einsatz beendet! Zange in der Beispost! Zeit für diese Sterne! Bchen! 안녕bicht! Halt etwas zu kommen! Weltsz comunicamrenos! Das ist ein neues Henrietta-Kunstwerk. Wow, du hast eine meiner Hundemarken gefunden. Ja! Das ist ein Fall für Chase. Wähle ein Marshall. Möchte jemand Wasser? Was ist los? Hallo! Was ist los? Es ist ein bisschen kalt hier, oder? Es ist ein bisschen kalt hier, oder?